Hallo, wir möchten euch heute zeigen, wie man schnell und einfach Jonglieren lernen kann. Dazu benötigt ihr verschiedene Bälle und unterschiedliche Schläge. Davon müsst ihr nicht alle benutzen. Wir fangen an mit der ersten Übung. Einfach Breitbeine hinstellen, die Arme sind am Körper und abwechselnd über Kopfhöhe die Bälle nacheinander hochlaufen. Das Schwierige dabei ist, die Bälle hoch, gerade hoch zu werfen. Hopp, hopp, hopp. Die zweite Übung ist, einfach mit einem Ball, die Hände bleiben wirklich an der Hüfte und die Bälle müssen exakt in die andere Hand geworfen werden. Hopp, hopp, hopp. Lasst euch nicht entmutigen, wenn mal ein Ball runterfällt, einfach wieder aufheben und weitermachen. Es sieht vielleicht so einfach aus, aber man muss es üben. Als kleiner Tipp, stellt euch vor eine Wand. Da könnt ihr die Position nach vorne regulieren, sodass der Ball nicht zu weit nach vorne fliegt. Das seht ihr dann sehr gut. Die Fehler kann man schnell hopp, 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 hopp. Jetzt noch eine Übung, die ihr auch mit der ganzen Familie machen könnt. Dazu kommen meine beiden Helfen. Helfen, ihr Helfen, schnappt euch die Schläger. So, abwechselnd werfen, nicht zu hoch gehen. Wir fangen bei Hermine an. Warte, Adios. Mimmi, holst du den beiden? Hopp. Ja. Und Mimmi, hopp. 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 Und das ist jetzt schon überkreuzt. Es geht auch gerade. Hopp. Gerade. Süß, ne? Nicht so doll. Ja. Und noch ein Rückenkreuz. Gut. Sehr gut. Das sind die ersten Übungen.